Vater, wir danken dir und preisen dich, denn du bist wunderschön, das man nicht beschreiben kann. Und wir heißen deine Gegenwart willkommen an diesem Ort. Wir heißen deine Salbung willkommen. Und wir danken dir, Herr, dass du immer einen Plan hast, uns zu einem neuen Level zu bringen. Und wir als deine Kinder kommen vor dein Gesicht. Lass uns nicht mit leeren Händen zurückgehen. Bitte streck deine Hand aus und segne uns. Streck deine Hand aus und berühre uns dort, wo wir uns wehgetan haben. Heile uns und stelle uns wieder her. Segne uns und fülle uns mit deiner Freude, dass wir hinausgehen werden mit Freude und mit Feiern. Und wir danken dir, Herr, für das kurze Wort, das wir hören werden. Und ich bete, Herr, dass dein Wort kommen wird mit Kraft und mit Klarheit. Und Herr, wir bitten dich, dass du uns selbst, wenn wir hier vorne stehen, vor deinen Menschen. Und wir beten, Herr, dass dein Wort einen Platz in unserem Herzen findet. Wir danken dir, Vater. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Preis den Herrn. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier im Gottesdienst zu sein. Wir sind hier versammelt im Namen des Herrn. Und wenn wir das tun, ist der Herr da. Denn Gott hat versprochen, jedes Mal, wenn wir in seinem Namen versammelt sind, dann ist er da. Er ist da, um uns zu segnen. Also erwarte einen Segen von dem Herrn. Denn er ist hier, um dich zu segnen. Amen. Amen. Lass uns unseren Vers zusammen bekennen. Philippa 4, Vers 13. Das ist ein sehr wichtiger Vers für uns und wir möchten ihn jeden Sonntag bekennen. Let's confess it together. I have strength for all things in Christ who empowers me. I am ready for anything and I am equal to anything through him who infuses inner strength into me. I am self-sufficient in Christ's sufficiency. Ich habe die Kraft zu allem in Christus, der mich befähigt. Ich bin bereit zu allem und gleich zu allem, durch den der innere Stärke in mich ringt. Ich bin selbst genügend in Christi genügend. Amen. Amen. Wir können alles tun durch Christus, der uns die Kraft dazu gibt. Ich freue mich so sehr zu wissen, in jedem Gläubigen wohnt der Heilige Geist. Und der Heilige Geist gibt uns die Kraft, alles zu tun. Er macht uns fähig, ein erfolgreiches Leben zu leben. Und wenn ich dich anschaue, dann sehe ich keinen Verlierer. Aber eine erfolgreiche Person. Du bist eine erfolgreiche Frau, du bist ein erfolgreicher Mann. Sag das deinem Nachbarn. Mein wunderschöner Nachbar. Ich spreche zu dir. Du bist erfolgreich. Du bist kein Verlierer. Der Heilige Geist ist in dir. Und er hilft dir, erfolgreich zu sein. Halleluja. Das ist ein Grund zum Feiern. Amen. Wir sind keine Verlierer. Wir werden nicht verlieren. Wenn du einmal herausgefunden hast, dass du versagt hast, dann bist du unten. Aber dann bleib nicht dort unten. Sondern steh wieder auf. Sag deinem Nachbarn, bleib nicht unten. Steh wieder auf. Sag es noch einmal mit mehr Energie. Bleib nicht dort unten. Sondern steh auf und sei erfolgreich. Steh auf und sei erfolgreich. Arise and be successful in Jesus' Name. Amen. Das war kostenlos. Das ist nicht meine Predigt. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, wie man geteilte Loyalitäten haben kann. Und ich möchte, dass wir Jakobus Kapitel 1 aufschlagen. Jeder von uns braucht irgendetwas von Gott. Und das Gute ist, aber Gott ist ein Geber. Er ist bereit, dir gute Sachen zu geben. Sag deinem Nachbarn, Gott ist bereit, dir gute Sachen zu geben. Gott gibt uns keine schlechten Dinge. Er gibt dem Mann keine schlechte Hausfrau. Er gibt ihm eine gute Frau. Und er gibt den Frauen nicht einen schlechten Ehemann. Er gibt ihnen einen guten Ehemann. Also, wenn du darauf wartest, dass du einen Ehepartner findest, dann erwarte das Beste von Gott. Amen. Denn Gott gibt nur gute Sachen. Das Wort Gottes sagt, alles Gute und Perfekte kommt von dem Herrn. Alles, was Gutes und Perfektes ist, es kommt von oben. Und Gott hat etwas Wunderbares für dich bereit. Und deswegen ist es gut, von ihm zu erwarten. Und es ist gut, gute Sachen von ihm zu fragen. Jakob 1, Vers 6 Er bitte aber im Glauben und Zweifeln nicht. Denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Winde getrieben und bewegt wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Es ist gut, Gott um etwas zu bitten. Was auch immer du brauchst, du kannst Gott fragen. Jesus sagte einmal, wenn das Kind dem Vater um einen Fisch bittet, dann wird der Vater ja keine Schlange geben. Und wenn der Sohn um Brot bittet, dann wird der Vater ja keinen Stein geben. Weißt du was? Ich bin ein Vater. Und ich bin ein guter Vater. Ich gebe keine schlechten Dinge für meine Kinder. Wenn sie am Morgen kommen und fragen, Papa, ich möchte Brot haben. Dann gehe ich nicht auf die Straße und suche nach Steinen. Wenn wir zu Hause kein Brot haben, dann gehe ich noch in den Laden und kaufe Brot. Und wenn du etwas brauchst von Gott, dann kannst du ihn fragen und er wird dir Gutes geben. Aber hier in diesem Vers steht, wir müssten bitten im Glauben. Glaube ist sehr wichtig. Der Glaube ist sehr wichtig. Jesus sagte, hab Glauben an Gott. Die Kirche ist doch dazu da, damit die Menschen erkennen können, wie wichtig der Glaube ist. Diese Kirche ist hier. Wir ministerieren das Wort, damit ihr eure Glauben in Gott, eure Hoffnung in Gott. Und wir sind dazu da, damit wir alle unsere Hoffnung und unseren Glauben auf Gott setzen. Sag deinem Nachbarn, setze deine Hoffnung auf Gott. Und setze deine Hoffnung nicht auf mich. Ich kann dich enttäuschen. Aber Gott wird dich nicht enttäuschen. In seiner Natur liegt die Treue. Wow. Das ist so schön. Das ist so schön. Ich sage euch, ich bin verliebt in Gott. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber ich bin verliebt in Gott. Und je mehr ich ihn kennenlerne, desto größer wird diese Liebe zu ihm. Und ich ermutige auch dich, verliebt zu sein in Gott. Und komme näher zu ihm. Dass du ihn mehr und mehr kennenlernst. Das Wort Gottes sagt, komm näher zu Gott und er wird näher zu dir kommen. Ich möchte näher zu Gott kommen. Denn ich möchte, dass er ganz nah bei mir ist. Wenn du jemanden liebst, dann möchtest du, dass diese Person ganz nah bei dir ist. Liebe Gott und komme näher zu ihm und er wird näher zu dir kommen. Hier steht also, wenn wir etwas von Gott erbitten möchten, dann sollten wir ihm Glauben bitten. Wir haben gerade von Schwester Mitzi gehört, Gott belohnt diejenigen, die ihn wirklich suchen. Und je mehr wir Gott suchen, je mehr wir näher kommen zu ihm, desto mehr wird er uns belohnen. Zweifle nicht an Gott. Denn der Zweifel disqualifiziert dich. Aber der Glaube an Gott qualifiziert dich. Und deswegen sagte Jesus, habt Glauben an Gott. Er aber bitte im Glauben und Zweifeln nicht. Denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswurge, die vom Winde getrieben und bewegt wird. Wenn jemand ein Zweifler ist, dann ist diese Person nicht stabil, sondern wird von jeder Meinung, die er hört, bewegt. Vers 8 sagt, er ist ein zweifelgemerter Mann, unstabil in all seinen Wegen. Ein Zweifler ist unbeständig auf all seinen Wegen. Das ist ein schlechter Punkt, an dem man sein kann. Wenn man unbeständig ist auf all seinen Wegen. Wer möchte denn schon befreundet sein mit einer Person, die nur so unbeständig ist? Du solltest fest und standhaft sein. Amen. Hier steht auch von so einer zweifelnden Person, die unbeständig ist, dass er nichts von Gott erwarten kann. Es bedeutet nicht, dass Gott dieser Person nichts geben möchte. Er ist bereit, ihr all seinen Segen zu geben. Aber wenn du zweifelst daran, dass er gar nicht, und denkst, dass er gar nicht fähig ist, viele Menschen, Gott möchte Gott segnen. Er möchte so viele Menschen heilen. Er möchte so viele Menschen einfach befreien. Aber viele Menschen, sie schweifen die Fähigkeit Gottes. Ich freue mich so sehr, ein Vater zu sein. Und ich sage euch, ich habe die besten Kinder der Welt. Ich freue mich immer an ihnen. Wie viele von den Eltern freuen sich über ihre Kinder? Ich freue mich über meine Kinder. Hey, Mann. Meine Kinder Ja, Mann. They know anything I ask daddy. Was? Meine Kinder wissen, dass ihr Vater alles geben kann, was sie erfragen. Sie wissen, dass ihr Vater geladen ist. Auch wenn ich in der Zeit kein Geld habe, dann wissen sie ganz genau, mein Papa hat ganz viel Geld. Ja. Gestern waren wir einkaufen als Familie. Und wir sind nur zum Essen kaufen gegangen. Es war so spannend, zu hören, dass mein Sohn sagt, oh, Papa, mein Papa hat viel Geld. Mein Papa hat viel Geld. Es war so schön zu hören, wie mein Sohn sagte, mein Papa hat ganz viel Geld. Es macht mich so gut. Ich fühle mich dann so gut. Auch wenn ich im Moment kein Geld habe, denkt mein Sohn, ich habe ganz viel Geld. They know that whatever I need, I just need to ask Papa and he will provide. They know, Papa will work out ways to get me what I need. Und sie wissen ganz genau, mein Vater wird sich darum kümmern. Now I realize, why Jesus was saying, that we need to be, we need to have faith like children. Und jetzt erkenne ich, warum Jesus sagte, wir sollten ein Glauben haben wie Kinder. We need to have faith like children. Wir sollten ein Glauben haben wie Kinder. They just come and ask. Sie kommen einfach und fragen. And they wait on Papa to look for ways to get me what I want. Und sie warten einfach darauf, dass der Vater einen Weg finden wird und machen wird. Und ich sage euch, unsere Kinder bringen eine Nachfrage in unserem Glauben. Und es freut mich so sehr. Preist den Herrn. Glaube an die Fähigkeit Gottes, dass er gut zu dir sein möchte und sein wird. Glaube an die Fähigkeit Gottes, dir gute Dinge zu geben. So oft singen wir über die Güte Gottes. Aber wie sehr glaubst du an Gottes Fähigkeit, uns Gutes zu tun? Er ist ein guter Gott. Er ist ein guter Gott. Er ist ein guter Gott. Und er möchte gut zu dir sein. Er möchte dir seine Liebe zeigen. Er möchte dich anlächeln. Wenn jemand dich anlächelt, dann erwärmt es doch dein Herz. Bitte lächle deinen Nachbarn an. Was ist falsch mit dir, wenn du deinen Nachbarn nicht anlächeln kannst? Gib deinem Nachbarn dein bestes Sonntagslächeln. Ich mag, wie Manfred dich anlächeln. Halleluja. Ein Lächeln bewirkt etwas Gutes in deinem Herzen des Anderen. So oft leben wir einfach unser Leben und denken, dass sich keiner um uns kümmert. Wie oft hast du schon mal gedacht, niemand denkt an mich? Oder wie oft hast du gedacht, dass niemand dich liebt? Aber ich sage dir, jemand denkt an dich. Gott denkt an dich. Jemand liebt dich. Und es ist egal, ob dir jemand anderes gesagt hat, dass man dich nicht lieben kann. Das ist die Meinung von dieser Person. Und eine Meinung von einer anderen Person sollte nicht deine Realität sein. Wenn jemand mir sagen würde, man kann mich nicht lieben, dann weiß ich, aber man kann mich lieben. Wenigstens weiß ich, meine Frau liebt mich. Do you? Okay. You need to keep talking, eh? Don't just keep it in your heart. Pour it out, eh? Halleluja. Aber auch bevor meine Frau mich liebte, hat Gott mich schon geliebt. Bevor dich jemand anderes lieben konnte, hat Gott dich schon geliebt. Und er möchte dir seine Liebe zeigen, an jedem einzelnen Tag. Also öffne dein Herz. Und nimm einfach die Liebe Gottes an. Amen. Amen. Er ist ein liebender Gott. Er ist ein liebender Gott. Und man kann ihn lieben. Und er möchte dir immer wieder seine Liebe geben. Amen. Aber wenn du hier bist, und du dein Leben noch nicht dem Herrn gegeben hast, wenn du dein Leben noch nicht Gott gegeben hast, dann gibt Gott uns immer diese Möglichkeit, dass wir mit Gott wiederhergestellt werden. Gottes Wort sagt in Römer Kapitel 8, du glaubst mit deinem Herzen und du bekennst mit deinem Mund zur Errettung. Der Glaube ist der erste Schritt zur Errettung. Und du glaubst, dass Jesus gekommen ist, um für dich zu sterben. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat, dass wenn jemand glaubt, wer auch immer an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen. Wenn du an Jesus Christus glaubst, dann wirst du nicht zugrunde gehen. Aber das Wort Gottes sagt, du wirst dann das ewige Leben haben. Und das Wort Gottes sagt, wer auch immer an ihn glaubt, wird nie zu Schanden kommen. Also wenn du noch nie Jesus in deinem Leben akzeptiert hast, dann haben wir jetzt die Möglichkeit für dich, dass du vor Gott gehen kannst und du dein Leben ihm geben kannst. Und wenn du dein Leben ihm gibst, dann wird er dir deine Sünden vergeben. Er wird dich waschen mit seinem Blut. Er wird dich reinigen. Und er wird dich in der Beziehung zu Gott wiederherstellen. Amen. Heiß den Herrn. Ich bitte dich, einen Moment zu nehmen und einfach mit Gott zu sprechen. Bitte Gott, wenn es irgendeine Sünde gibt, die ich heute bekennen muss, I willingly do that. Dann werde ich das jetzt tun. All to Jesus I surrender All to Him I freely give I will ever love and trust in His presence daily. I surrender all to Jesus I surrender all All to Jesus I surrender all All to Thee, my blessed Savior I surrender all All to Jesus All to Thee, my blessed Savior I surrender all I surrender all I surrender all To You alone I surrender all All to Thee, my blessed Savior I surrender all If you have not accepted Jesus Christ in your life Wenn du Jesus nicht in deinem Leben angenommen hast Du kennst dich selbst besser Du kannst dich nicht vor Gott verstecken oder vor ihm weglaufen Und Gott gibt dir die Möglichkeit Dass du wieder mit ihm versöhnt bist Wenn du hier bist Dann bete mit mir Und lasst uns als Gemeinde alle mitbeten Vater Vater In Jesu Namen Komme ich zu dir So wie ich gesungen habe So wie ich gesungen habe Ich gebe dir mein Leben Herr Ich habe gegen dich gesündigt Ich bin wie der verlorene Sohn gewesen Ich bin meinen eigenen Wegen gegangen Aber ich komme zurück zu dir an diesem Tag Und ich bekenne alle meine Sünden Und ich bekenne alle meine Sünden Ich glaube Jesus ist der Sohn Gottes Und er ist für mich gestorben Damit ich wieder mit dir versöhnt werde Jesus Ich bitte dich Wasche mich Mit deinem wertvollen Blut Und vergib mir all meine Sünden Und Jesus Ich heiße dich willkommen in meinem Herzen Heute Sei du mein Ritter Sei du mein Herr Und ich treffe diese Entscheidung Ich werde für dich leben An jedem Tag meines Lebens Und ich werde dich ehren Mit all meinen Wegen Und ich erkläre heute Dass ich wiedergeboren bin Dass ich gerettet bin Ich bin ein Kind Gottes Ich bin eine neue Kreatur Und ich danke dir dafür Herr In Jesu Namen Amen 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 Halleluja Heißt den Herrn Wenn du das zum ersten Mal Von dem Herzen gebetet hast Dann sag Gottes Wort Im Buch 2. Korinther Im Buch 2. Korinther In Jesus Christus Bist du jetzt eine neue Kreation Wenn du Jesus in deinem Herzen angenommen hast Du bist eine neue Schöpfung Eine andere Version sagt Du bist eine Schöpfung Die es so noch nie zuvor gegeben hat Amen Amen Tell your neighbor I am a new creation Sag deinem Nachbarn Ich bin eine neue Schöpfung I am a new creation Ich bin eine neue Schöpfung Amen 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 So Hier Ich bin ein Untertitelung des ZDF, 2020